Was ist die Scholar- auch ein Weiterentwicklung? Was ist die Scholar- auch ein Weiterentwicklung? Durant der Me reflectiv der Schule, es braucht mehr Zeit und mehr Ressourcen für die Arbeit. Herb ist die Beschreibung der Digitalen Korrektur, die mögliche Zeit für das Zeitpunkt effizient hat. Die Schüler und Schüler sollen eine Füllung oder eine Pagina in einem Quaderne der Lavor und können sie hier in den Schrift sein. Sie können die Fahrt mit einem Tablet und den QR-Code personalisieren. Sie können die Chat und die Herbie aktivieren. Mit der Kontrolle der Fotografie der Herbie, wenn sie die Lavor fotografieren, wird sie in wenigen Sekunden die Korrektur. Im Dashboard zeigt die Person mit der Instruktion eine Ausweisung der singen Leistung und steht in den Bränden der einzelnen Skolaren und einzelnen Skolaren. Im Aufwand sind die Motivation der Lavorare und den Bränden der independen Menschen und die Kinder haben sofort die Kontrolle der Person mit der Instruktion. Und dann habe ich die Hörby in der Schule aber speziell auch auf diesem letzten in der Schule gesetzt. Als dieses Filme spätten wir die versteckte, können wir die Juristen verwendet werden. In diesen Schrift haben wir die Korrektur und gespalten die Watt mit dem iPad und kontrollieren die Written auf der Kultur. Dann haben wir die Ursprung angezeigt und kontrollieren, dass wir die Kostmann nicht gewahnt Das ist so, dass wir die Juristen-Lavor angeln. Dieucke Kirche machen das nicht ein Signal. der Arbeit, der Korrektur und der große Entschärz und der Wert des Puders, wo der Tempel sein muss. Hier geht es wieder an, dass wir mit den Übersetzungen supplementären und der Spiegel mit den Instruktionen obligatorisch sind. Als wir mit den Übersetzungen in der Schweiz mit den Übersetzungen in der Koordinierung mit den Übersetzungen wollen wir mit den Übersetzungen supplementären. Hier ist die Instruktion obligatorisch.